Herzlich willkommen zu einer Miniserie von Screencast über OER FAQ, die Suchmaschine für alle Fragen rund um Open Educational Resources. In diesem Video geht es um das Frage-Feld-Formular und die Möglichkeit zur aktiven Mitwirkung an der OER FAQ. Zunächst ist die Webseite unter www.oer-faq.de slash Frage-Feld abrufbar. Auch über die Navigationsleiste oben rechts ist das Formular erreichbar. In einem anderen Screencast dieser Miniserie haben wir Tipps für eine erfolgreiche Suche vorgestellt. Wenn trotz dieser Tipps die benötigte Antwort nicht zu finden ist, kann die fehlende Frage an die Redaktion gemeldet werden. Damit werden die Rückmeldungen in der nächsten Entwicklungsrunde berücksichtigt. Wenn für eine Frage eine mögliche Quäle vorliegt, kann diese gerne verlinkt werden. Wir prüfen immer die Qualität einer Quelle, bevor sie aufgenommen wird. Das Formular kann auch für allgemeine Quellenvorschläge genutzt werden. Das Formular ist ein Appell an die Kultur des Teilens. Dadurch setzt OER FAQ Wert auf Offenheit und Kollaboration der Community. Beispielsweise sind in der zweiten Entwicklungsrunde im Jahr 2023 mithilfe der Community über 20 neue Fragen entstanden. Das war ein Einblick in eine kleine, aber wichtige Funktion der OER FAQ. Das Frage-Feld-Formular. In den weiteren Videos der Miniserie Screencasts How to OER FAQ werden beispielsweise genauer erklärt, welche Funktionen es bei der OER FAQ gibt und wie die Ergebnisse aufgebaut sind.